so jetzt kommt derjenige der das besitzt das da ja die schon alle gesehen digital druck mit viel schnickschnack mit gold natürlich ja bei uns geht ja keine ohne gold raus mit unserem emblem logos und auch die rennstreifen geile karne sehr starke verbreitung sehr schnell so jetzt fragen wir mal sag mal jetzt hast du ein geiles auto bekommen ja da steht das auf jeden fall sag mal wenn die leute dich buchen die haben ja bei mir diesen promi code mit 10 prozent ja was bekommen die eigentlich bei dir was was genau bist du an was ist dein part mein part ist den teilnehmern einmal die rennstrecke bilsterberg zu zeigen zu erklären und dementsprechend halt auch drei vier rund je nachdem wie lange man es aushält eine taxifahrt am bilsterberg auf dem bilsterberg mit einem unserer fahrzeuge ja das ist geil welche fahrzeuge wir haben wir haben zur verfügung zwei artiga gt cup wir haben ein porsche cayman gt4 und wir haben den golf tcr was ein originales rennfahrzeug von vw motorsport ist und einen porsche gt3 cup die können wir alle für die taxifahrten nutzen und hat auch dementsprechend für firmen events für kundenevents das machen wir alles am bilsterberg also so wie ihr redet ja ich habe jetzt schon gänsehaut ja ich bin auch ein bisschen bekloppt was das betrifft habe ich aber nie wirklich mich damit befasst ich habe nur im fernseher geguckt und selber mal gas gegeben mit einem kleinen motor zwei liter 150 ps kann man machen auf jeden fall zum anfang ist das immer gut definitiv aber ich habe da händchen für ich mag das auch denken und bleibt dabei ist ein geiles thema wir werden alle diese fahrzeuge folieren die wird alle an bilsterberg sehen und auch fahren wenn ihr möchtet also dranbleiben danke danke